... ... ... ... ... ... ... Exterminator, dem müssen wir uns packen, den Lump! ... Schlimperator, der ist glaub' nicht so schlecht. Die 31. Musaren sind das, oder? Der Schlimperator! Der Schlimperator! Der ist echt schlimm! Der ist echt gut! Der ist echt quällig! Und was? Ach shit, ich hab' mir jetzt den Gryphon genommen! Ich wollt' ihn eigentlich nur kurz angucken! Jetzt sitz' ich noch immer an dem Teil! Das war jetzt taktisch ein bisschen unklug, vielleicht! Ach du, das ECM! Das ECM ist nie falsch! Ja, der will mir manchmal noch ein bisschen warm! Also mit 4 SM4ern, auch im Alpha ist es noch immer ein bisschen... ... Selbst in Chainfeuer! Wenn man Dauerfeuer macht, dann kocht der manchmal so ein bisschen! Ich hab' den gesehen! Den haben Leute gefahren mit einer ER PEP! Was? 4 LRM 5ern! Was? Als Long Range? Ernsthaft? Das macht man? Hat's funktioniert? Sagen wir's so! Nicht lange! Äh, soll ich C4-Hügelchen nehmen oder eher auf C3? Hügelchen! Auch nehmen wir C4-Hügelchen, bitte! Hügelchen! Welch liebliches Wort! Ich bin doch sofort bei dir, mein Grashopperchen! Hügelchen! 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 Hat der ECM-Griffin eigentlich Jump-Jets? Mh, lass mich mal Leer-Taste drücken! Jupp! Und sie funktionieren auch! Wuuu! 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 Werde ich dich doch mal eben ECM-Bubbeln! Zack! Da-da-da-da-da-da-bubbelst du gleich am besten noch die Crap-äh, die Benjee mit! Stim-Pah-Verordnung! Robert DeFat! Die hab ich irgendwie automatisch als erstes anwiesen, ich weiß auch nicht, das war Instinkt, das war Instinkt! Genau! Das sind LLN von unserem Team, die hier runter kommen oder wat? Denke mal schon! Wir haben UAV vorm Gegner oben! Ihhh, Laser, Wax Unsere Laser müssten rot sein Es gibt irgendwie im gesamten Game keine roten Laser Doch, Small Laser Die zählen nicht, das sind für mich Laserpointer Small Laser zählt für mich auf jeden Fall wie Laser Beim Small Pulse Laser Schön On Massen Was lasert mir da an den Rückkennen, so ganz dreist Was? Von da unten irgendwo was Scheinbar pushen wir jetzt ein bisschen hier so rechts rum Dann gehen wir mal ein bisschen mit dem Team, wa? Ja, ja, da hat einer heute Vormittag regelmäßig wie immer dieselben Leute getroffen Ja, welcome to NASCAR, NASCAR Warrior Online Centurion, schmeißen wir uns in die Bresche? Eigentlich sind da genug Leute, ne? Der Diable wird sich wohl regeln Ja, ja, ja Ich wollte nur zumindest, au, au, au Ich wurde von links angefasst, was ist da los? Ich sehe da einen Atlas Wo? Auf B3 Richtung B3? Ach, auf dem Hübel Mensch, schade Ja, der hat Jump, 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 jump Oh, au, au Dem würde ich nicht kuscheln, der hat Erzireams dabei Ich auch Und ich habe ECM und ich bin schnell, uh Hoffentlich komme ich da noch hoch Das war jetzt aber nicht der Atlas, was sich da gesprengt hat, oder? Nein Der Atlas zieht sich jetzt zurück Ich bin aber heiß Das Schlimmparator hat einen getötet Das ist endschlimm Das war, glaube ich, sehr blutig Ach toll, der ist ja gleich Schrott, der Atlas, wenn ich da endlich mal ankomme Und jetzt lässt er sich runterfallen, ich glaube, er hakt Warum hast du nicht den Trick angewandt, Mangeras? Du springst hier runter, springst auf die Schale dazwischen Alphas, den Penner in den Rücken, der fällt immer noch nicht Sauerei Was ist da los? Ja, ich habe ihn noch eben mitgenommen Komm schon, komm schon Wenn er für dich nicht umfallen wollte, mich hat er wenigstens als Abstauber akzeptiert Ja, das war so ein schlimmer Baum, hä? Der Baum war es What? Oh mein Gott, was ist das? Es ist ein Killerkeks Richtig, jawohl, habe ich doch an der Hand erkannt, dass es ein Grashaufer ist Ich hüpfe, ich hüpfe, ich hüpfe Dann gehen wir mal hier hinten einmal rum, weil ich glaube, über C4D4D-Richtung da wollte jemand blankieren Du sagst zumindest Puls auf dem Radar aus Ja, ich glaube, die stehen auf die drei jetzt halt Und mit dieser Nahkampfüberwachung brauchen wir, glaube ich, eh nicht so viel Ja, 242 Meter Normal-Range Oh, da ist was Da ist Edda Mit einer Gauss Das ist Gauss, Edda Ich drohe vor der Mutter So, jetzt darfst du wieder Jetzt zieht er doch gleich noch einen Haken, ne? Na, komm her, du Lump Na, Chaos-Rival, ey Kaputschis muss man sowas Komm zurück! Ich hab die Banshee gefunden und dann war ich platt Ich hab was am Arsch Was denn? Ich weiß es nicht, kann ich gerade hingucken Es ist Hector Nova 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 I'm on it Ah, na, warte Die Sau krieg ich Sehr zack Jetzt hab ich da was auf der anderen Seite Oh, ein Hellbringer Ja, doch Leider links blutig Wusch, wusch, wusch Ah, ich bin auch im Rücken Ich brauch nur einmal angefasst werden Vorne oder hinten, dann falle ich Jetzt guck mich doch mal an, verdammt Ey, ich hab... Äh... Warum fällst du nicht um? Hund Wow, da ist noch was Katerpult Wuii Fuck Ich bin dauernd Alter Verdammt, halt weg verloren Ich hab jetzt nur die SMs Ich hab gar nix mehr Ich hab nur noch das Puff-Moment Komm, die geht's noch Warms, jetzt hab ich keine Waffen mehr Ey, IA Large Laser und IA PPC, glaubet Hark Macht ihn nieder, den dreckigen Sack Und ich geh weg Ja, die ist der Killer Wow Du findest auch jeden Gegner, oder? Im Augenblick ja Zirkeln wir mal ne Runde Oh, Mann Oh, Mann Ha, läuft Alles rund um... Ich wollt grad W.O.W. lesen Du wolltest Schlechter Mensch Ja, das ist die Automatik Hast du mal wieder abgeräumt hier Ja, er hat dann Vielen Dank.